Wir sind etwas günstiger, um das so zu formulieren auch, und damit kann man eben guardorientierten Smallball-Basketball spielen. Walden hat tatsächlich einen halbwegs offenen Wurf. Walden hat bisher auch nur bei einem Treffer in vier Versuchen. Walden Obst, da hat er genug Zeit, da hat er genug Zeit. Das war die größte, der Körpers hat sich an den Körpers. Das war die Körpers, wenn er Bayen angefangen hat, hat er die Möglichkeit zu machen. Das war die Körpers, das ist eine große Herausforderung. Das war die Körpers, das war die Körpers.